Moin Moin und Willkommen zu World of Tanks hier auf Westfield. Direkt neben mir der Krabum. Hallo. Moin. Ich will mal überlegen ob ich rechts hoch fahr oder ob ich links hoch fahr. Ich werde links hoch fahren und irgendwo weit hinten stehen bleiben. Ja. Los geht's. Rechts hoch fahren ist auch eine ganz schöne mühselige Sache. Ja. Ich komm mit dir. Ja. Ach du hattest so viel Platz. Du musstest den Laternenfall umfahren hier ne. Den Strommast. Ja ich hatte da ne also. Tada. Da gefällst dir? Ja hier bleib ich stehen. Immer wenn ich vorfahre dann werde ich hier zerliedert. Ich lass übrigens Cromwell und den T-34-85 vorfahren. Und guck mal ob ich überhaupt verschießen kann. ı Hm. Hahaharte. Föh. so viel dazu müssen es glaube ich kann damit das was bringt meiner position hier zumindest werte brauchst du da oben hilfe gleich ja der crumble wird hier wahrscheinlich zerlegt werden ich versuche noch ein bisschen hinzuschießen versuche ich mal zu dir hoch zu kommen ich werde dann auf jeden fall zurückrollen hier sind auf jeden fall schon fünf vier panzer ja da kommen wir zurück nicht dass wir die aufhalten werden aber hinter dir unten fährt den m4 deswegen schieße ich auch erstmal den hügel aber da kommt irgendwie jetzt zur hilfe wir haben gerade das munitionslager erwischt jetzt fährst du runter wo ich hoch war ja ich fahr runter weil die kommen da gleich ich versuche hier unten eine position zu finden wo wir sie irgendwie anditschen können ok bin dabei wie viel habe ich denn? 7,6 sekunden nach Ladezeiten juhu so da ist ein Komet da ist ein Komet das ist ein Krimpel und und das ist ein Krimpel das ja ich 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 Der ging voll durch Ihre Panzerung. Schade. Feuer, Erlaubnis erteilt. Ich sehe Sie nicht mehr. Ja. Da ist er. R-H-X-W-G. Hm. Keine Ahnung, was das heißt. Das ist doch logisch, ne? Okay. Jetzt haben wir noch einen Yachtpanzer drauf. Yachtpanzer? Yachtpanzer. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Nicht mal auf den durfte ich schießen. Jetzt bin ich aber gespannt. 665 und 10 Gold. Ja, 10 Gold. Ja, unsere Suh 12244 hat mit 3264 Schaden mal richtig zugelangt. Ja, gut. 5 Kills, ne? Tja. Ja, liebe Freunde. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.